Das ist das zweite Jahr, als ich das gemacht habe. Ich finde das eine total schöne Tätigkeit, wenn man den Menschen, die die Lebensmittel holen können, mit ihnen abgeben und mit ihnen ins Gespräch kommen darf. Es tut mir wohl im Herzen als Bauer und als IP-Swiss-Resident. Man kann nichts Besseres machen als Nahrungsmittel an Leute abgeben, die sich diese nicht leisten können. Das ist das nächste Jahr.